Während viele Menschen annehmen, dass der legendäre Schauspieler Charlton Heston im wirklichen Leben genauso imposant war wie in seinen ikonischen Filmen, hat der gut aussehenden 1,91 Meter große Starsohn Fraser Heston kürzlich einige neue Erkenntnisse über seinen Vater anhüllt, die dieses Bild zurechtrücken. Als Kind, das seinen Vater in toughen Rollen in historischen Dramen wie Ben Hur und Die Zehn Gebote sah, muss Fraser gedacht haben, dass sein Vater ein professioneller Streitwagenfahrer sei. Zweifellos hat Fraser seinen berühmten Vater auf ein riesiges Podest gestellt. Und mal ehrlich, bei seinem Status, wie hätte er es auch nicht getan? Obwohl Heston eine der begehrtesten Hauptdarsteller im goldenen Zeitalter des Kinos war, fand er in seinem vollen Terminkalender immer Zeit, qualitativ hochwertige Zeit mit denen zu verbringen, die ihm am wichtigsten waren. Fraser beschrieb in einem exklusiven Interview, das er Anfang 2022 dem Magazine Closer gab, Charlton als einen liebevollen Familienmenschen, der seiner Frau Lydia und seinen beiden Kindern tief verbunden war. Charlton Heston war nicht nur ein Mann mit starken moralischen Prinzipien und Familienwerten, sondern auch ein ausgesprochener Gegner von sozialen Ungerechtigkeiten. Neben Fraser hat auch eine andere Person nichts als Lob für Charlton übrig. Nicht überraschend handelt es sich dabei um sein anderes Kind, Holly. Begleiten Sie uns, während wir uns an sein bewegtes Leben und seine Karriere erinnern und sehen, was Holly und Fraser über ihren Vater zu sagen haben. Die warmen Erinnerungen von Holly und Fraser an ihren Vater Charltons Kinder waren natürlich von ihrem Filmstarvater beeindruckt, aber zu Hause zeigte der Star aus Planet der Affen eine viel weichere Seite, als das Publikum es auf der Leinwand gewohnt war. Laut Holly und Fraser war Heston ein warmherziger und zugänglicher Mann, der seine Familie immer an die erste Stelle setzte. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen schaffte es Charlton eine Balance zwischen Familie, Karriere und Aktivismus zu finden. Da er sich zu einem Verfechter der Bürgerrechtsbewegung und anderer Anliegen entwickelte, erforderten diese Dinge Mut und Überzeugungskraft. Menschen, die außerhalb seiner Filmrollen nichts über ihn wussten, könnten ihn als übermäßig konservativ und starsinnig ansehen, so wie jemand aus dem Alten Testament. Aber laut Fraser war er überhaupt nicht so. Für ihn war Charlton ein liebevoller, engagierter und lustiger Kerl. Lydia, Fraser und Holly erlebten Charltons sanftere Seite. Und für sie war es dieser Aspekt seines Charakters, der seine größte Heldentat darstellte. Fraser lobte Charlton als einen sehr geduldigen Vater, während Holly dem Magazine-Closer sagte, dass ihr Vater Wert auf gemeinsame Zeit legte. Wenn er bei ihr war, war er ganz bei ihr. Leicht hätte er sich in seiner Arbeit verlieren können und den Fokus auf familiäre Angelegenheiten verlieren können, aber für Charlton war seine Schauspielkunst nur ein Mittel zum Zweck. Es war die Art und Weise, wie er seine Familie unterstützen konnte. Und das Letzte, was er zulassen würde, war, von diesem Weg abzukommen und in seiner Karriere aufzugehen. Beide Kinder wussten, dass Charlton seiner Mutter treu ergeben war. Die beiden waren College-Sweethearts und heiraten 1944 bei der ersten Gelegenheit. Sophia Loren trieb Charlton Heston in den Wahnsinn Während Charltons Kinder nichts als Lob und Bewunderung für ihren Vater übrig hatten, verstand er sich offenbar nicht mit jedem. Dem Hollywood-Tough-Guy zufolge weigerte er sich angeblich, Blickkontakt mit seiner Filmpartnerin Sophia Loren während ihrer berühmten Liebesszene in Elle Kid aufzunehmen. Bei der großen Todesszene des Films behauptete Heston später, dass er stattdessen in die Zukunft geschaut habe, anstatt Loren anzuschauen. Selbst Kritiker des Films bemerken dies in ihren Rezensionen. Während die meisten Männer, Schauspieler oder nicht, begeistert gewesen wären, Zeit mit Loren zu verbringen, war Heston von ihrem Aussehen oder ihrem Talent nicht beeindruckt. Die Welt war 1960 verrückt nach ihr und sie schien Hollywood in Brand gesteckt zu haben, nachdem sie 1956 einen Fünf-Film-Vertrag bei Paramount unterschrieben hatte. Aber Charlton sah dies nur als Fassade an. Loren spielte Hauptrollen neben Schwergewichten wie Clark Gable, Frank Sinatra und Cary Grant. Sie hatte sich mit kraftvollen Darstellungen in Filmen wie Es begann in Neapel, Der Stolz und die Leidenschaft, Hausbot und die Millionäre einen Namen gemacht. In ihrer vergleichsweise kurzen Zeit im Rampenlicht hatte sie sich bereits als begabte Schauspielerin etabliert, die gleichermaßen gut in Drama und Komödie war. Sie war sogar die erste Person, die einen Oscar für eine nicht-englischsprachige Rolle in dem Film Gestern, Heute und Morgen gewann. Also, was mochte Heston nicht an ihr? Als Heston in Earl Kidd einstieg, war er bereits ein großer Filmstar, genau wie sie. 1959 hatte er einen Oscar für seine Leistungen in Ben Hoer erhalten. Da er die erste Wahl des Regisseurs für die Raubrolle war, fühlte er eine Verantwortung und Involvierung in das Projekt Earl Kidd. Als Loren jedoch an Bord geholt wurde, fühlte sie sich als ebenso berühmt und anerkannt und war genauso eigensinnig und willensstark bezüglich des Films. Kaum war sie angekommen, begann sie Forderungen zu stellen. Offenbar wollte sie, dass das Drehbuch mit mehr romantischen Szenen für ihre Rolle Donna Simena umgeschrieben wird. Außerdem stimmte sie nur zu, für acht bis zehn Wochen zu drehen, sodass der Drehplan des Films umgestaltet werden musste, um ihr entgegenzukommen. Dazu kam, dass sie ein Vermögen verlangte. Einigen Berichten zufolge erhielt sie eine Million Dollar für die Rolle, während andere eine konservativere Schätzung von 200.000 Dollar geben. So oder so bekam sie mehr als Heston. Und nicht nur das, sondern Loren begann ihre Macht auszuspielen, indem sie allerlei absurde Forderungen stellte, wie zum Beispiel, dass das Drehbuch des Films ins Italienische übersetzt und dann in ein Englisch zurückübersetzt wird, das sie besser beherrschte. Im Laufe der Zeit wurde Heston Lorenz prinzenhafte Haltung leid. Tatsächlich wurde die Situation am Set so unangenehm, dass er verlangte, dass ein Double eingestellt wird, um ihn in Nahaufnahmen zu ersetzen, die nur Lorenz Gesicht zeigten. Während des weiteren Drehs in der zunehmend schlechter werdenden Situation hatte der Regisseur des Films Anthony Mann Schwierigkeiten, Heston dazu zu bringen, Lorenz überhaupt anzuschauen. Diese schwierige Situation war jedoch nicht das erste Mal, dass Heston mit einem seiner Filmpartner aneinandergeraten war. Denn schon am Set des Meisterwerks des Regisseurs Cecil B. DeMille des biblischen Epos Die Zehn Gebote kämpfte Joel Briner darum, nicht von seinem dominanten männlichen Filmpartner überschattet zu werden. Die Geschichte hat die Stars vergangener Zeit nicht gerade schmeichelhaft dargestellt, insbesondere die Männer, aber Charlton Heston war anscheinend aus einem anderen Holz geschnitzt. Er war ein Mann von Werten, Mut und unerschüttlichen Überzeugungen. Da wir uns am Ende dieses Videos nähern, würden wir gerne hören, was sie über den Star von Ben Hur zu sagen haben. Wussten Sie, dass Charlton Heston ein eifriger Unterstützer der Bürgerrechtsbewegung war und einmal mit MLK auf den Stufen des Lincoln Memorial marschierte? Und waren Sie sich bewusst, dass er und Sophia Lawrence sich am Set von Alkert nicht ausstehen konnten? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.